Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute gibt es die versprochene Auflösung des Gewinnspiels. Vor genau zwei Wochen, am 25.03. habe ich ja dieses Video hochgeladen, wo ich euch diverse Alben vorgestellt habe, die es zu gewinnen gibt. Ihr konntet euch fünf davon aussuchen. Wir haben heute Sonntag, den 8. April, mittlerweile kurz nach oder knapp 20 nach 3. Bis 15.03 war das Ganze befristet und jetzt werden wir das Ganze mal auswerten. Wir haben hier 108 Kommentare. Wir arbeiten hier wieder mit dem YouTube Random Comment Picker. Bedeutet, ich werde hier einmal die Video URL kopieren. Und dann werden wir das Ganze hier einsetzen. Und dann haben wir eine Anzahl von 72 Kommentaren. Wie kommen jetzt die Differenzzustande zu den 108? Also die 36 Kommentare Differenz kommen dadurch zustande, dass ich natürlich auf manche Kommentare oder Fragen geantwortet habe oder manche Sachen von meiner Seite aus kommentiert habe. Und wir haben hier zusätzlich auch noch diese Filterfunktion. Filter Duplicate Users. Bedeutet, pro User, pro Person wird wirklich nur ein Kommentar gewertet für dieses Gewinnspiel, für diese Auswertung. Und die Gewinnspielchance bleibt für alle dieselbe, auch wenn man mehrfach kommentiert. Gut, wir haben hier 270 Kommentare. Dann starten wir hier mal diesen Zufallsgenerator. Und dann haben wir hier Holger B. Das ist der Gewinner. Zum einen hat er hier seinen Instagram-Namen geschrieben. Das schaut schon mal gut aus. Dann haben wir hier die Alben, die er möchte. 1, 2, 3, 4, 5. Viel Glück an alle. Okay, sehr gut. Dann werden wir mal diesen User hier kopieren. Mittels Suchfunktion in den Kommentaren danach suchen. Okay, Suchfunktion scheint hier nicht zuzuschlagen. Dann werden wir einmal händisch durchscrollen. Eventuell macht die Suchfunktion irgendwie Faxen. So, dann suchen wir mal, ob wir das Kommentar von Holger B. finden können. Bis jetzt hätte ich ihn noch nicht gesehen. Jawohl, hier haben wir ihn. Keine Ahnung, warum die mit STRG F nicht zu finden war. Egal. Holger B. Wir schauen mal kurz auf seinen Channel. Hier haben wir seine Abos. Es war ja unter anderem Bedingungen zu abonnieren. Sehr gut. Also er hat hier ein Abo bei Unbox Kings. Erste Bedingung ist erfüllt. Sehr schön. Zweite Bedingung war eben dieses Kommentar mit den 5 Alben. Das haben wir hier auch. Sehr gut erfüllt. Und dann war es noch die dritte Bedingung, das Bild auf Instagram zu liken. Holger372, das ist der Name. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ups, nein, Screenplay, so brauchen wir nicht. Wenn wir hier 109, gefällt mir haben, ob er hier dabei ist. Ja, gleich einer der ersten. Holger372 hat hier geliked. Sehr schön. Das bedeutet, du bist der Gewinner. Holger B. oder Holger372. Bitte melde dich bei mir. Am besten per Instagram Nachricht. Und dann werde ich dir diese 5 Alben. Epic, der Start gegen Patrick Decker, Classic, JBG und Bonchance sehr gerne zusenden. An alle, die nicht gewonnen haben, die heute leer ausgegangen sind. Bitte nicht traurig, bitte nicht böse sein. Das nächste Gewinnspiel startet schon in Kürze. Das war es für heute. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Ciao.